hallo ihr lieben heute sind wir auf dem weg innen genau und da nehmen wir euch mit sofern es die besucherzahl zulässt genau jetzt fahren wir erstmal los ja so jetzt sind wir angekommen in schloss touren und jetzt gehen wir schön langsam rein ja jetzt laufen wir da mal rein soviel sieht in der jacke hinten runter schauen wir mal parkplatz sieht recht voll aus jetzt müssen wir mal gucken aber das verläuft sich hier in dem park ganz gut und naja natürlich mit den zwei kleinen auch und meiner mutter mit und da rennt sie schon jetzt stehen wir hier vor der klasse müssen wir kurz ein bisschen anstehen und jetzt müssen wir mal warten bis wir reinkommen hallo ihr lieben leute schön dass ihr gekommen seid ich wünsche euch viel vergnügen bis nachher so dann gehen wir mal guten tag ihr grüßen und kleinen kinder tja sind wir drinnen jetzt gehen wir erst mal alle mal runter aufs klo einmal mit mir wirklich felix mit mir mal kungen ja die erste station haben wir erreicht lukas aus der rand und band aber wie immer war teile mal so viel so viel geste emma gäste da unter Lukas! Geh weg da! Emma, geh mal zur Oma! So, jetzt sind wir im ersten Fahrgeschäft. Soviel lenkt uns jetzt? Schauen wir mal, ob es richtig flinkt. Oh, angestoßen! Schauen wir mal. Jetzt musst du unbedingt versuchen, ihn zu gewinnen. Wir haben schon Glück. Jetzt hat es voll das Regnen angefangen. Ich bin echt entzückt. So was auch. Jetzt schauen wir mal, ob es und wann wieder aufhört. Mal gucken. So ein blödes Wetter jetzt. Ja, wirklich. So, jetzt rennt die Fahrer. Schauen wir mal. So. So, jetzt mal, ich bin echt her. So, jetzt rein. Alles richtig doll verriegnen. So, jetzt nehmen wir eine kleine Stärkung im Saloon. Lukas, man sieht, es ist nass und er ist nicht wildwasserbar gefahren, sondern es regnet. Schmeckt's, Sophie? Lecker? Lukas, schmeckt's? Ja. Und dann hoffen wir, dass es ein bisschen nachlässt beim Regen, damit wir noch was machen können, oder Kinder? Ja. Weil wir haben ja noch nicht recht viel gemacht. Nein. So, die Sophie, sie hat jetzt alleine wildwasserbar. Weil der Lukas mit seinen sieben Jahren noch nicht erbt. Und meine Mama nicht will und ich, äh, ne. Bei dem Regen muss ich nicht noch nasser werden, auch noch. Aber, sie kommt jetzt da gleich gut. Und, Die Kindergarten hätten die Zug jetzt. Das ist 8 Minuten jetzt. Circa. Immer mit Regenkelb. Es regnet immer noch. Aber der muss so stark, Gott sei Dank. Jetzt verwehr's bei der Runde. Hi. So, die große Pfanne ist noch mal Kettenkarussell. Mal schauen, jetzt hat die Regen aufgelöst. Mal gucken, ob diese bleibt. Jetzt schauen wir mal. Hexen-Panz. Jetzt ist das. Aber siehst du bleiben, oder? Nein! Nein! Jetzt sind wir bei der Afterbahn. mit der VR-Brille. Jetzt schauen wir mal, wie das mal ansteht. Und dann fahren wir da rein. Schauen wir mal. Ich werde alleine fahren. Ja, es ist das alleine, Lukas noch nicht. Das muss ich mitfahren. Der, der, der schreit ist, ist der Lukas. So. Im Freepol waren sie auch schon. Aber, ja, jetzt schauen wir mal. Wir werden jetzt langsam durchmachen. So, Sophie, bist du gefangen? Ja. Oh, super. Hallo. Warte mal, ich will ein Foto machen. Ja, auch diese Tiere sieht man hier. Wunderschön auf dem Stein. Kriecht schön langsam. So, zum Abschluss. Uh, Lukas. Uiala. Hast du Aua gemacht? Ja. Ach, Kind. Also, ein Abschluss mit Schrecken. Und die nächste. Jetzt hat es geregnet, dann muss man langsam. Ja, geht es heute langsam, Kinder? Hast du Aua wegetan? Ach, Kind. Ach, meine Kinder. Grün und Blau vom Freizeitpark. Du bist fest, weil du bist fest. Der, der landet noch im Teich auch noch. Ich will schon mal durch und runter ab. Langsam. Und dann schau mal. Mach mal da. Komm, nimm mit. Komm. Lukas ist als Erstes da. Dicht gefolgt von Sofie. Nein, Lukas. Der Abschluss mit einem schönen verregneten Tag im Schlussturm. So, die letzte Überfahrt. Hier war Lukas. Emma, komm. Kannst du nach hinten gehen? Genau, feste, super. Was war das? Der Slash ist durch. Vorsicht, Mama, der Slash. Geh halt mal her zu uns. Super. Emma, komm, Süße. Und jetzt von mir. Nein, 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 die anderen Kinder wollen auch. Komm runter jetzt.